Ich habe zum Blechdengeln und Treiben natürlich unglaublich viele Hämmer zur Verfügung, aber der für mich wichtigste Hammer ist immer noch mein klassischer Schmiedehammer, mit dem ich auch ganz viel arbeite und der mir sehr wichtig ist. Jeder Schmied hat irgendwann seinen eigenen persönlichen Hammer, mit dem er immer arbeitet. Da weiß er, wie er sich anfühlt, wie er geformt ist, wie er sich anhört, wie er sich führt. Damit kann man einfach gut arbeiten und den kriegt auch kein anderer in die Hand.